um was sollte das warum schwingst du dich nicht lange zu blöd finde ich blöd wenn das nicht gut so jetzt schwing dich bitte davor danke war das jetzt so schwer so was genau bringt mir das jetzt eigentlich ach so okay ich bin nach unten schätze mal nach links ja ich glaube unser Ziel ist es bis nach unten zu kommen ja so Ziel erreicht noch ein Medikits ich sag einfach zu allem was einen halt Medikits obwohl es gar keine Medikits sind hab ich da drüben was gesehen das ist nicht gut das ist nicht gut das soll heraus und gewesen sind oder kann noch mehr doch genau ich kann so er ist auch dort größter dann der mix behalten von Korte sein wenn man sich mit entdeckt glaube ich es ist das ich bin an diesen Sieg mit gefundenes Sound gewöhnt also ich ich weiß nicht hundertprozentig ob das auch der ist in der von der frühen zu werden aber ich glaube schon naja ihr wisst ja was passiert wenn er etwas was glaubt statt dass es meistens falsch war war so oh nein okay noch weiter nach oben geht es nicht glaube ich denke ich hoffe ich es gibt Käse aber auch nicht ja was du hast in Salto in der Luft gemacht Lara du bist so Athletik Künstler was ein Medikett ja und ein Haufen Papageien oder Wellensittiche keine Ahnung ich kann die nicht auseinander halten so ist denn etwa noch ein nein aber ein Schatz okay nehme ich genauso gern an nein Schatz ich nehme eigentlich Medikett lieber an aber egal soll mal sehen hier dürften eigentlich noch mal Tiger kommen oder Löwen war das Löwen oder Tiger habe gar nicht drauf geachtet ja ja ist die Adrenalin Anzeige voll kann ich Gegner mit Kopfschützen ausschalten ist das nicht toll Kopfschuss bei Tigern das hört sich komisch an aber gut au das war schlecht okay es sind anscheinend Löwen die haben eine Mähne also sind Löwen ganz einfach sehen aber auch ein bisschen wie Tiger aus haben Tiger auch eine Mähne meine Güte stell mich aber auch krank ah verdammt wie zu stelle ich mich denn jetzt an nein egal was sollte das das war unfair das war verdammt gemein ich werde übrigens wenn ich dieses Let's Play durch Schaub auch noch ins Croft Manor gehen wenn es das in diesem Spiel noch gar nicht man schon und dann halt Prozent ja auch welche aus das Croft Manor ein bisschen zeigen und wenn ich es vergesse erinnert mich bitte dran was ja genau Töte Spinnen mit dem Roundhouse Lara Kopf äh wie viele was was wie viel kommt denn noch was war das denn sind die jetzt da unten ja ja oh man das sind aber viele ich nehme ein Elikett na ab noch drei das geht ja kann ich hier rauf ne dann hier lang äh ja hä und jetzt was was hat mir das jetzt gebracht da war doch grad was ach so war die Pflanze ok äh ja ich glaube ich soll das gar nicht tun ich glaube ich soll oben bleiben dann glaube ich allerdings wieder nicht weil ich keine Möglichkeit sehe irgendwas da zu machen warte mal ne seh ich wirklich nicht ne seh ich wirklich nicht Moment nochmal ja ok da geht's wirklich nicht hoch aber hier geht's auch nicht hoch bitte in die Wand nein ne ne fremd dann würde ich sagen machen wir hier auch erstmal Pause stellen wir haben wir auch noch ein Viertel ungefähr zum spiel geschafft und ja dann lasse ich jetzt einfach mal so stehen und bewertet bitte und kommentiert und das würde mir Freude machen also bis zum nächsten Mal ja 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 ja